einen wunderschönen mittwochnachmittag wünsche ich euch hier ist eine neue folge es nimmt hier kein ende wir sind hier immer noch am ansehen vogelhäuschen herum zu damit der jäger nicht meckert aber das nehme ich mir noch mal zum brust hier dann auch mal eine schöne insel raus jetzt nicht jetzt erstmal so wie es ist sagt und weiter geht es ja hast du wie wir schaffst du was da mal wie wir schaffst du 18 ok rechts deswegen holt sie nämlich auch städtisch langsam auf du dürftest aber demnächst wenn wir mal irgendwie wieder ein paar minuten luft haben hier hinten die mondlandschaft ein bisschen beseitigt gerade da wo ich jetzt die höhe links vor dem haus weiter ist da ja doch ordentliche krater nicht 100 prozent gerade aber auch nicht solche krater musste dann noch mal mit flug dabei wieder so alles könnte man können wir nach dieser ernte machen genau so geil die ja mittwochschule bergfest mein urlaub rück mehr haha ich höre mal urlaub ich habe die erste woche arbeiten jung arbeit was ist das ich bin schon wieder urlaubsreif ich habe schon fünf wochen arbeit hinter mir bin mal gespannt ob ich überhaupt demnächst mal arbeiten wir haben so positive fälle 20 mann 20 mann in quarantäne auch nicht schlecht doch nicht lange was da alle noch passiert was anderen dauert so nicht lange dass die gute zu wenn er mehr werden dann auf jeden fall ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Doll? Ne. War nur gerade ein großer und jetzt war es wieder. Okay. Ja, weil ich die Bombstämme hier alle liegen habe, deswegen. Achso. Wenn es zu doll wird, müsst ihr Bescheid sagen. Ja, ja. Alles schickt bis jetzt. Ich kann jetzt gleich wieder einen vollen Anhänger wegbringen. Ist schon soweit. Will der wieder raus? Ne. Der liegt vor dem Sofa und ist am Pen. Achso. Der Wuff. Gib dem Hund ein Leckerli. Ich habe ja gestern ein paar eingelöst. Ja, ja. Ich muss die Punkte mal erhöhen. Das macht auch keinen Spaß. Musst du mal ein paar, ne? Sounds und so ein Gedöns da. Oh, jetzt leckt das aber wie Hulle. Gar nicht. Nicht? Jetzt hatte ich es gerade am Leckerli. Ne, ne. Leck, leckert nicht. Also bei mir. Da fliegt der Heißluftballon. What? Da fliegt der Heißluftballon. Du, Benni. Was denn? Stimmt doch. Große Nachfrage bei Viehhändler. Fruchtverkauf. Oh, was verkauft er denn? Wollte gerade sagen, was will der denn haben? Was will der denn haben? Vielleicht können wir ja bedienen. Weizen will er haben. Für 570 Euro. Haben wir die Oben nicht. Ne, wir haben nicht viel. 43.000. Aber Agrarfruchtverkauf bietet mehr. Beziehungsweise Bäckerei bietet mehr. Wollte. Wollte ich sagen. Du darfst eine große Anfrage starten. Ja, ja. Hör nach euch fragen, wie er will. Schäm dich. Shame you. How dare you. Don't touch my Weizen. Wenn ich dann hier fertig bin, gehe ich drüber auf 33, ne? Jawohl. Geh auf die A33. Passiert scheint A38. Ja, das ist eigentlich schon wieder auf 33 gewesen. Ne, war ich noch nicht. Was ist denn da los? Oh. Fertig. Wie, die ist fertig? Ja, das Stück, was da fehlt, da haben sie doch endlich gemacht. Echt? Soweit ich weiß, ja. Dies ist durchgängig, glaube ich nicht. Oh. Okay. Ja, dann ist man ja ratzfatz jetzt in Osnabrück war. Soweit ich weiß, ist das... Ja, die wollen ja jetzt die A49, wollen sie ja weiterbauen. Okay. Aber dafür mussten Wald weg. Oder mehrere Wälder. Ach so, hier, Brandenburg, da hinten die Ecke. A49. In den Osten rüber. Ah, Morten, kommst du mal bitte zum Silo? Ja. Man merkt, dass Sören genervt ist, der redet nicht. On the way, on the way. Ich muss mal in den Tugeln einsteigen, wenn du willst du auch frei. Och, ich komme hier mit meinem Gedöns eben angefahren, alles gut. Mit seinem Gedöns. Rein theoretisch kann Marc ja komplett hier ansehen, ne. Ist ja alles fertig. Naja, Ima Gat. Ich kann das. So, Silo hat er gesagt. Oh nein, nein, nein. Brauch mal dein Timing. Ikum, ikum. Ich kann das. Ich kann das. So, brrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrr die hübsch der kettel rechte das reicht nicht bleiben lassen was macht noch mal wieder ab geht nicht schon probiert ja ja sekunde dann nehmen wir genau so versteht mich schöne lanschen Vermehrungsgras ist auch schon wieder reif, ey. Ja, es lief ja alles durch, ne? Ja, ja. Ich weiß. Okay. Ich sehe den Sternenhimmel. Sternenhimmel. Ja, ja, ja. So ist das. Zeig mal ein, bitte. Ja, warte. Zeig mal ab. Okay. Hab ich. Und jetzt? Du doch nicht. Okay. Du doch nicht. Mann. Junge. Hast du die lange Kardamwelle gesehen? Ja. Ich merke das schon. Sören ist echt, diese Woche echt nicht gut drauf. Und wer ist schuld? Marvin. Genau. Wer ist schuld? Marvin. Marvin. Kommst du von der anderen Seite mit dem Torian drauf? Warte mal, ich hab heute ein bisschen mehr PS gefunden. Achso, da stand noch ein Steier. Den hätt ich irgendwie nehmen können, ja. Ich hab heute mit dem Torian drauf. Das ist richtig. Ja. Da, da, da. Ja. Und dann, da. Das ist richtig. Und dann, da. damit werde ich die ganze woche zu tun haben hier aber egal jetzt wirst du was so war da war da war da war da war da war da jetzt die klappe schließen warte 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 klappe öffnen klappe schließen diese aktion kann hier nicht durchgeführt werden wieso nicht wer macht so was man jetzt noch mal auf und schließen so konnte ich komme mit dem radverlader bald auffüllen neun prozent okay aber viel geiler über die hälfte vom feld jetzt doch so viel ja hätte ich jetzt nicht gedacht vielleicht noch so für zwei drei bahn reicht dann ist fertig wo sind jetzt mein steierachter haben wir verkauft steuer wollen wir nicht hat ein schön jo bitte 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 lieber sind aber bitte mit so eine ich dachte so was kommt jetzt nein aber bitte mit rama jetzt die werbung nicht ist aber anstatt mit bitte mit sahne singen die bitte mit rama kennt er denn das auch ach siehste susen kennt das so ist das auskauf oder wartest du am besten ist auch war auch die werbung damals nichts ist unmöglich toyota die affen auf dem baum die affen da sitzen ja affen sind wir nicht alle ein bisschen affig luna ja ihr lieben wir sind fertig für heute ich hoffe euch hat die folge gefallen natürlich hoffe ich dass euch das sowieso noch alles gefällt hier lasst gerne einen Daumen nach oben da wenn es euch gefällt wenn es euch nicht gefällt lasst einen Daumen nach unten da egal wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder bis dahin tschüss und bye bye tschau 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 tschau